Wir wollen uns jetzt mal die neue Star Wars Welt von Minecraft mal angucken, ein bisschen genauer halt. Ich habe erst gedacht, ich träume. Ich habe mir ja letztes Mal noch eine Mandalorianer-Folge angesehen von der neuen Staffel und dachte mir, boah, das wäre doch super, wenn Minecraft mal wieder was reinhaut. Und heute ist es echt wieder soweit. Minecraft haut uns ein richtig geiles, ja, Map-DLC-Paket hier rein. Ich fand ja die anderen Pakete, DLC und sowas, sag ich mal, von den Skins ja auch nicht schlecht. Aber jetzt hier wirklich so eine fette Welt mit richtig vielen Sachen, mit Skins, mit Monstern und Pipapo. Sowas, ich weiß nicht, das musste einfach mal sein hier in Minecraft. Und ey, das ist Hammer. Ich würde das jeden empfehlen, jeder, der so ein kleiner Star Wars-Felden ist. Und natürlich auch die Mandalorianer-Serie jetzt einfach mal gucken. Ich gucke die selber auch gerade richtig aktiv. Und die haben hier einfach wirklich hier, du kannst hier den Mandalorianer-Spieler. Ey, so ein Skin wollte ich haben, das ist super. Besonders cool, auch hier Darth Vader, alle dabei, Yoda. Ey, das ist Hammer. Das finde ich cool. So, dann würde ich sagen, gleich mal runterladen hier. Kaufvergang läuft. Auf nach Star Wars. Nochmal. Willkommen auf Tatooine. Ja, wir sind auf Tatooine. In dieser DLC gibt es auch richtig coole Star Wars-Musik im Hintergrund. Ich kann sie jetzt euch aber leider nicht anmachen, weil ich genau weiß, dass Disney das nicht möchte. Müsst ihr aufpassen, falls ihr die Welt auch aufnehmt. Also Disney ist immer ganz, ganz böse mit Musik. So. Ja, ich spiele euch aber trotzdem irgendwie so was anderes ein, was auch ein bisschen zu Star Wars passt. So, wir spornen hier auf Tatooine. Ich würde mal sagen, guck mal, hier ist ein Speeder. Bevor wir jetzt uns die Welt alles mal komplett angucken, gucken wir uns erstmal die Skins an. Boah, 33 Star Wars-Skins. So, erstmal Mandalorianer, ganz klar. Aha. Da gibt es dann die alte Version. Hier einmal, wo er anfängt, Staffel 1. Da hat er noch nicht so die richtige Rüstung. Und hier hat er die komplette Rüstung. Ja, ganz nett. So, was haben wir hier noch? Schönes, ja. Alle mit Bile, Lea. Also die ganzen, guck mal, ein Klon, das haben wir. Oh, ne, ist ja kein Klon, das ist ein Sturmtuber, ne? Den haben wir auch. Hier, Boba Feld, auch ganz cool. Hat er auch so einen Jackpot. Ne, ohne Jackpot. Meister Yoda, richtig gut gemacht. Wir haben leider nicht Baby Yoda, aber Baby Yoda gibt es so als Mob. Können wir uns auch noch gleich angucken. Wann mal, hier haben wir Darth Vader. Oh, der Vader sieht richtig gut aus. Die haben so gut gemacht, richtig schön mit Cape und alles. Gefällt mir. Imperator, ja, sieht eher aus wie eine alte Oma, aber ja, der sieht auch gut aus. Hier, die Wache von dem Imperator, auch ganz schick. Doch, die Skins, die Fetzen, die sind ganz schick. Hier, Chewbacca ist auch mit dabei, an Solo natürlich. Luke auch, Luke ist aber nicht mein Lieblings-Yedi. Dann schauen wir mal weiter, was haben wir hier noch? Ah, hier die oberste. Ah, das ist cool. Haben wir hier noch mehr? Ne, ne? Hier noch so ein Auftrags-, äh, hier, so ein, noch ein weiterer Kopffeldjäger, hier Roboter, auch ganz schick. Ich würde sagen, wir laufen natürlich als Mandalorianer rum, ganz klar. Zack, das sieht doch schick aus. Das ist eine Rüstung, die man haben sollte. So, hier ist natürlich unser Spawn-Ort. Ach, guck mal, die haben ja alles hier. Hier, von Luke. Haben die das doch alles eingerichtet? Das wäre heftig. Oh, sogar die Türen haben Sound. Das ist schick. Hä, was ist das hier? Ne Endertruhe. Ja, gucken wir uns auch mal ein bisschen hier die Items an. Das sieht ja alles ganz schick aus. Oh, guck mal, Glas, alles. Boah. Was ist das denn hier? Kürbiskerne, okay. Oh, das Essen auch. Das ist auch schick. Das ist cool. Also hier kriegt man echt... Oh, Lichtschwerter haben wir auch. Warte mal, gleich mal gucken. So, Lichtschwerter haben wir. Speere. Was ist das? Holzschwert ist ein Speer. Okay. Pfeile so. Ah, guck mal hier. Chewbaccas Armbrust, okay. Blaster gibt es nicht in normaler Bogen. Schade, hätten es ein Blaster mal machen sollen. Aber okay, damit kann man leben. Äh, was gibt es hier noch? Angeln, okay. Was sagt ihr? Feuerzeug zum Blitzding. Also Pferde sind Speeder. Okay, da wollen wir auch gleich mal gucken. So, was gibt es hier noch so feiern? Was ist hier ein Stock? Ein Stock, okay. Ganz klar. Bestimmt für Meister Yoda ein Stock. Warte mal, den nehmen wir auch mal. Mal gucken, ob der irgendwas macht. Gegenstandsrahmen. Oha. Guck mal, Schilder sind so solche Holopads. Schallplatten. Auch Schallplatten sehen interessant aus, ne? Das sieht nicht schlecht aus. Okay, die haben... Vielleicht haben die auch Sounds. Müssen wir auch mal gucken, ob die noch Sounds haben. Enderdrachenkopf. Oha, guck mal, die ganzen Köpfe haben... Oha, die Köpfe haben Texturen. Das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ja, ja. Oh, was ist das hier? Mit einer... Oha, da müssen wir auch mal gucken. So, gucken wir... Guck mal, das Boot. Alter, guck mal, ein Roboter fährt uns. Ne, er hat zwei Einheit. Die fährt uns. Ey, ernsthaft? Alter, der macht doch was. Ja, klar. Ey, müssen wir definitiv ein Wasser mal ausprobieren. Der macht ja was. Alter, Drachenkopf. Alter, das ist cool. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Tier? Kenn ich? Nee, jetzt nicht. Aber cool. Ja, Speeder gucken wir auch gleich. Lichtschwerter. Okay, das dunkle Lichtschwert. Blaues Lichtschwert. Grünes. Rot ist natürlich ganz klar. Und lila für die Mace, ne? Das ist schick. Das ist cool. Ey, geil. Lichtschwerter. Wollte ich schon irgendwie immer haben in Minecraft. Das ist schick. Das gefällt mir. Ja, das hat was. So, jetzt wollen wir uns mal einen Speeder angucken. So, Kreatureneier. Spawn einen TIE-Jäger. Hat ein bisschen was Ähnlichkeit hier vom Darth Vader's TIE-Jäger, ne? Okay. Ein Roboter. Ein bisschen klein, ne? Also hätten wir noch ein bisschen größer machen können, aber doch ganz schick. Jobber! Ey, das ist cool. Okay. Schrottsammler. Er zwei! Hallo! Noch ein weiterer? Hier, guck mal. Achso, und das sind so ein Lenspeeder. Die haben bestimmt auch die anderen Tiere ein bisschen geändert, aber das gucken wir uns mal jetzt heute mal nicht an, sondern... Ach, Rüstungen! Oh nein! Guck mal, ne Mandelariana-Rüstung können wir uns auch von sich anziehen? Was? Dann können wir ja als Hot-Dogs gehen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ein Pferd? Ist ein Speeder schon? Ernsthaft? Lol, den füttern wir jetzt mit Äpfeln, den Speeder. Also sind doch alle Tiere wohl irgendeine Textur. So, warte mal jetzt. Zähmen wir mal kurz den Speeder. So, zähmt. Machen wir Sattel drauf. Und ne Textur können wir machen. Oh, der hat auch Sound. Der Mann dachte, der könnte noch schießen. Das ist ja cool. Oh Leute, der hat sogar ne Animation hinten. Das ist schick. So, aber jetzt wollte ich mal was ausprobieren. Und zwar, wir können jetzt unseren Skin nehmen. Und dann gehen wir jetzt mal auf Rüstungen. Und dann können wir uns ne eigene Mandelariana-Rüstung machen. Ich mach mir mal ne Komplett-Eisen. Passt das überhaupt hier? Eisen? Eisen. Man kann sich natürlich selber noch alles zusammen... Gucken wir mal. Alter. Ist das fett? Das ist fett. Cool. Gibt dann natürlich noch verschiedene Farben. So, wir wollen jetzt erstmal hier gucken. So, hier sind wir natürlich bei den Schrott-Sammlern. Mit Einrichtung haben die das gemacht. Das ist schick. Das gefällt mir. So, aber wir wollen jetzt bei den Schrott-Sammlern erstmal nicht verbleiben. Denn wir wollen ein bisschen rumfahren. Und ich würde sagen... Was nehme ich mir hier? Ich nehme jetzt einfach mal... ...den Speeder. Oh, Alter, Alter. Das ist cool. Da freue ich mich richtig drauf, irgendwas zu drehen, ey. Ah, guck mal. Wüsten-Zombies sind... Alter. Zombies sind hier... ...einfach mal Sturm-Soldaten. Gibt davon verschiedene. Oder sind das normale Zombies? Und das sind Wüsten-Soldaten. Wart mal. Ja, normale Zombies sind einfach mal... ...Sturmtruppler. Oh, der ist aber schnell, der Speeder. Der ist gut. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Der ist Schimpfling. So. Wie sehen denn Dorfbewohner aus? Naja, an sich ist ja jeder ein Außerirdischer. Aber... ...hinten laufen sie. Da wird er mal stehen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Oh. Sturmtruppler. Wart mal, wir können ja mal gucken... ...was ein Bogen verschießt. Wie die Pfeile aussehen. So, Armbus gucken wir auch. So, erstmal... Ist das ein Blaster oder ist das ein normaler Pfeil? Ah, normale Pfeile. Die verschießt er. Okay. Und was verschießt der hier? Okay, der schießt auch normale Pfeile. So in der Optik. Aber der macht einen anderen Sound. Äh, hier die Armbus. Als ob das ein Blaster ist. Oh. Nett, 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 nett. Ah, das sieht doch ganz schick aus. Ja, gefällt mir. Das ist nett. Das gefällt mir. Ach, guck mal, die haben sogar Banners entworfen hierfür. So, jetzt bin ich natürlich neugierig. Haben sie hier jedes Gebäude eingerichtet? Gucken wir mal. Na ja. Doll nicht, aber eingerichtet. Weil manchmal hat der Minecraft immer nicht alles eingerichtet. Die waren ja immer nicht, sag ich mal, so fleißig. Aber hier sieht es aus, ob die echt alles eingerichtet haben. Gucken wir mal hier. Naja, einfach so Kisten reingestellt. Aber okay, kann man mal gelten lassen. So, dann wollen wir mal zum nächsten Planeten aufmachen. Aber ganz schick. Ganz schick. Ganz schick. Gefällt mir sehr. Ja, also das ist echt gut. So, hier ist wieder unser Mandalorianer. Der hat schon fleißig gekämpft. Wir sehen hier schon Parteijäger, die abgestützt sind. Ja, hier ging es ja damals los. Hier ist ja unsere Diebesgilde, war ja hier, ne? Ach cool, mit Speed ID eingepackt hier. Scheint ein Geist ist hier. Oh, das ist cool. Die Plagegeister sind solche Drohnen. Okay, das ist natürlich nice. Okay, guck. Ha! Guck mal, hier haben wir schon die erste Ding, wo es fake ist. Ja, hier ist auch fake. Na. Weil ich hätte wieder nicht zu viel erwarten dürfen. Ein bisschen ist hier immer ein bisschen fake, ne? Na ja, wäre auch ein bisschen zu krass, alles einzurichten. Ah ja, guck mal, hier haben wir damals... Oh, was ist hier? Zombie Pigments. Oh mein Gott, das sind denn solche alten Klonsoldaten hier, oder was? Okay, hier haben wir die Bar. Hier saßen wir in der ersten Staffel, in der ersten Folge und haben hier unseren Auftrag gekriegt, um Yoda zu finden. Okay. Oder Baby Yoda, sagen ja alle. Okay. Heute in der Folge suchen wir uns aber... Gucken wir uns den Ort mal nicht so ganz genau an. Da schauen wir mal noch. So, wir reisen erstmal weiter in die nächste Welt. Ja, das ist schon ganz schick hier. Guck an. Falls du ein Überleben das hier spielst, kannst du dich hier nicht wegbauen? Ey, guck mal, wie gerissen die sind. Weil in Überleben kommst du hier nicht runter oder drüber. Weil es einfach die Grenze ist. Okay. Cool. Das erste Mal, dass ich sehe, dass das benutzt wird. Das ist ja die Rebellenbasis. Was ja eigentlich früher von einem Sith Lord die Basis war. Genau. Was eigentlich ganz komisch ist. Die Rebellen haben in einer Basis von einem Sith Lord gebaut. Wusstet ihr das? Oh, guck mal hier, die ganzen Bomber und alle Jäger hier. Die warten auf den nächsten Einsatz. Naja, was heißt Zieljäger? Ich meine X-Wing. Guck mal hier, Größenverhältnis. Den können wir fliegen und den können wir nicht fliegen. Okay, er nimmt es schon nicht so ganz flüssig, aber er klappt sie wieder ein. Wenn ihr mal Star Wars hier Battlefront 2 gezockt habt, ist das hier auch eine Map von Star Wars Battlefront. Da kämpft man hier draußen auf der Plattform. Okay. Okay, also sind hier unsere Rebellen. Ach, guck mal hier. Boah, die machen sich jetzt schon auf. Aber ein bisschen fett die Dinger. Wenn man hier mit seiner eigenen Rumpflicht sind die ein bisschen zu groß, aber egal. Guck mal hier, die kämpfen hier schon komplett. Oh, ein Asteroidensystem ist auch hier. Warte mal, warte mal. Aber hier, Todesstern. Boah, das ist cool. Boah, hier können wir definitiv ein paar richtig geile Szenen drehen. Boah. Der ist ein bisschen fett hier drin, ne? Guck mal. Ja, der passt ja gerade so rein hier. Gerade so passt der rein. Hätten sie auch ein bisschen kleinere Maßstab bauen können, ne? Aber egal. Boah, Todesstern. Haben sie den komplett eingerichtet? Nee, bestimmt nicht, ne? Warte mal. Nee, guck. Gar nicht mal komplett hier eingerichtet. Ach, Mann, oh. Ah, guck mal, guck mal. Jetzt checkt man das erst. Ey, das ist ja so die Weltraumschleuse, ne? Hätten sie ein bisschen kleiner Maßstab bauen können, ne? Ein bisschen kleiner hätten sie es bauen können. Also innen drin, meine ich jetzt. Von draußen ist es ganz angenehm. Aber innen drin hätten sie ein bisschen anderen Maßstab bauen können. Dann wäre es ein bisschen besser gewesen, finde ich. So. Ist doch, glaube ich, der einzige, der durchkommt. Guckt man hier nicht so anders rein? Ah ja, guck an. Hier ist Luke denn gelandet, ne? Und hat Meister Yoda gesucht. Ah, da hinten ist Meister Yodas Hütte. Meister Yoda. Meister Yoda. Eh, wir sind viel zu groß, um hier irgendwie hinzugehen. Guck mal, da kommen wir gar nicht lang. Hey, Meister Yodas Hütte. Im Sumpf. So, ganz nett. So. Und eine Eiswelt. Boah, die großen AT-ATs. Guck mal, hier fliegen sie rum und bringen sie zu Fall. Auch der Sturz, wie der gestürzt ist, ne? Das sieht gut aus. Oh, ein Asteroidenfeld. Was haben wir hier? Hier haben wir die Himmelsstadt. Die Wolkenstadt. Ey, guckt euch mal das Verhältnis an. Ne? Das ist ja schon fast wie die ganze Stadt hier. Also, das ist schon ein bisschen kleiner bauen müssen, ne? Guck mal, die Häuser machen sie so klein, aber den Flieger lassen sie in der Größe, ne? Das Größenverhältnis passt hier mal wieder gar nicht. Aber egal. Wir gehen weit. Ach, guck an. Ja. Boba Fett ist auch hier. Und die riesigen Sternenzerstörer sind auch alle dabei. Oh, ja. Hier haben wir dann Todesstern Nummer 2. Auch ganz interessant, ne? Wenn du noch so ein Bau ist. Okay, das ist jetzt ein bisschen verarsche. Guck mal. Das ist der Mond jetzt, ne? Wir fliegen genau jetzt auf den Todesstern zu, obwohl der da ist. Naja, egal. Oh, andere Modelle noch. Andere Modelle. Ah, das Größenverhältnis. Das Größenverhältnis. Ah, das hätten sie anpassen müssen. Kannst du nicht so solche Dinger bauen und dann baust du da solche Flieger, die einfach... Guck mal, drei von diesen Teiljägern würden ja schon ausreichen, um den zu zerstören. Von der Größe her gesehen, ne? Überleg mal, was die denn für Blaster hätten. Ich würde auch cool finden, wenn sie nochmal so eine Welt machen. Aber mit den Klonsoldaten, ne? In der Zeit der alten Rekublik und so, ne? Das wird cool. Vielleicht auch Chorissant, ne? Mit dem Jedi-Tempel und alles. Aber ich bin ja nicht, sag ich mal, so ein Rebellenfreund. Ne? Ich bin ja schon, wenn, mein Imperium. Ne? Also ich bin immer für das Imperium. Für die dunkle Seite. Da macht ich fand die irgendwie immer cooler. Aber, naja. Wie denn das ist einer? So, was haben wir hier noch für einen Planeten? Ah! Unsere erste Mission. Von unserem Mandalorianer. Da, wo wir Yoda finden. Ach, warte, 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 warte. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Planeten, wo wir Baby-Yoda finden. Und diese Viecher müssten wir theoretisch reiten können. Was bist du für ein Tier? Ein Schreiter. Und Schreiter kann man reiten. Ja, das ist cool. Boah. Wisst ihr, was wir machen? Wir drehen Mandalorianer-Folgen, Alter. Können wir was drehen, ey. Definitiv, ey. Das ist cool. Das gefällt mir. Wir müssen vielleicht die Karte ein bisschen umbauen. Aber ansonsten ganz gut. Und hier haben wir Yoda gefunden. Also Baby-Yoda. Ne? Hier gab's ja den Fight. Hier gab's den Laser. Der wollte ja in die Tür rein. Und? Wen haben wir da? Ah, mit Kaninchen-Ragout kriegen wir dich, hm? Na, du kleiner Fritz. Oh. Wir haben Baby-Yoda. Ah, guck mal. Letzt gehört er uns. Okay. Können die Kapsel jetzt auf uns? Oh, das ist cool. Wenn wir aufhaben, folgt er uns. Wenn wir sie zumachen, bleibt das stehen. Ist ja geschützt. Ah, ganz cool. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir sehr. Wir müssen dann echt noch separate Folgen drehen, dass wir mal ein bisschen mehr ins Geteil gehen können. Jetzt wir uns hier wirklich mal Planet für Planet mal angucken. Alter. Hier sind bestimmt die Evox zu Hause. Oder auch nicht. Nein. Hier sind wir wieder mit dem Mandalorianer unterwegs. Ich glaube, dann haben wir uns erstmal alles angeguckt, hier, was man sich angucken kann. Es gibt überall noch kleine Details und alles, was man da machen kann. Ich sehe schon genau, wo da unter jetzt hier runter ist ja bestimmt noch das Versteck von unserer Death Watch. Wir sind ja in der Death Watch. Müssen wir mal schauen. Aber halt die großen Verhältnisse passen nicht so ganz. Das ist denn so ein kleiner Kritikpunkt bei mir. Guck mal. Allein wenn man überlegt, das sind ja an sich ja die Jäger. Die Jäger sind eigentlich schon halb so groß wie ein eingetzeiges Schlachtschiff. Also, muss man sich überlegen. So, und hier sind die Evox. Hier sind die Evox. Warum? Weil hier diese Station ist, die wir, sag ich mal, damals zerstört haben. Die Rebellen haben sie damals zerstört. Ich glaube, wenn man hier ein bisschen sucht, dann finden wir bestimmt auch noch die Evox-Station. Müssen wir mal schauen. AT-AT-Läufer. Bei Star Wars Battlefront 2 ist das ja auch eine Map. Kann man hier auch drauf spielen. Da waren ja die Evox ja in den Bäumen. Erstmal gucken, ob wir die Evox finden. Haben sie die Evox hier gebaut, die Evox-Stadt? Ah ja, guck mal, da sind sie. Die Evox-Stadt. Ein bisschen bedürftig ist die hier gebaut. Also, die ist ja schon ein bisschen bedürftig. Ach, Leute. Guck mal, die haben das hier mit eingebaut. Okay. Gibt es hier noch eine größere Stadt von den Evox? Da hinten, da ich schon was. Ist die ein bisschen besser ausgebaut? Ja, die ist ein bisschen besser ausgebaut. Ja, so stelle ich mir das schon vor. Genau, so. Ach, guck mal hier. Hier sind auch denn die Klon-Salat. Also, ja, ich will immer Klon-Salat sagen, aber die Sturmtruppler-Helme. Alles cool, das gefällt mir. Gefällt mir. Genau wie im Film. Haben sie ja auch gefeiert hier. Ja, kommst du noch hier hoch? und alles. Yo, hier sind sie auch. Hallo, ich habe ein Geschenk für dich. Welch bist du? Du bist ein Panda. Ja, du bist ein Panda. Okay, unser erster Einblick in diese Star Wars Welt, ich muss sagen, die gefällt mir. Ich überlege mir mal was. Wir drehen hier bestimmt irgendwas von Manderelloyana. Ich finde die Staffel mega cool. Also, Staffel 1 und 2. 2 ist ja noch besser. Da kommt ja auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr auf dem Stand seid, aber es kommt Ahsoka Tano drin vor in der Staffel 2. Puh. Also, ich freue mich drauf. Ich glaube, auch diese Woche wird diese Folge auch, sag ich mal, rauskommen auf den Stream-Plattformen. Also, müsst ihr definitiv euch mal angucken. Ich empfehle es euch einfach mal. Mandeloyana, mega coole Staffel, also, also Serie an sich. Und halt, Staffel 1 war schon gut und Staffel 2 ist, so wie ich es jetzt weiß, schon richtig nice. Also, drei Folgen sind da draus. In dieser Woche kommt ja die vierte Folge und da bin ich echt gespannt drauf, wie dieses Abenteuer weitergeht von Mandeloyana. Ich hoffe, ihr guckt das auch ein bisschen. Also, ich kann es euch nur empfehlen. So, wir sind jetzt hier noch auf so einem Schlachtschiff, aber ich würde sagen, das war es erstmal heute für diese Folge. Ich hoffe, euch gerade gefällt dieses Video. Ich werde definitiv noch ein paar weitere Folgen drehen, um uns, sag ich mal, die Mapbahn zu gucken und wir wollen natürlich auch was von Star Wars drehen und popopo Star Wars drehen. Wenn einer Bock hat und Star Wars Skins hat, muss nicht unbedingt sein, wir haben ja, sagt man, auch Rüstungen und alles hier. Wir können ja improvisieren. Möchte ich gerne ein bisschen was drehen von Mandeloyana und wer Lust und Bock hat, kann sich bei mir melden. Ihr wisst ja, Xbox-Gruppe alles oder ihr schreibt mich hier auf YouTube an und dann können wir gerne mal was zusammen drehen. Ich werde definitiv was drehen. Mal gucken, was das wird, aber ansonsten bedanke ich mich für Sie immer für's Zusehen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und Tschüss! Tschüss!